ja moin leute und herzlich willkommen zurück zu call of duty modern warfare wir sind jetzt hier auf so einen verlassenen flughafen oder so und müssen irgendwie uns zu soap durcharbeiten was nicht so einfach ist wie komme ich davon ein f*** dich f*** mal diese mission nicht Schöne Grüße, Makarov! Bekontaktiert! Run, so, äh... Bekontaktiert! Makarov! Kennen Sie das alte Sprichwort? Boah, was geht's? Bekontaktiert! Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt ein Kriegsfeld. Er hat ihren Einsatzplan und einen Blanko-Check. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Der Frau so wenig wie ich. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Ich blick nicht durch, ich komm hier nicht weiter. Echt? Shepard misst und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Der Frau so wenig wie es sieht. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Weg meines Feindes ist mein Freund? Ich weiß, Sie werden klagen, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Halter. Darum freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakarov, wenn Sie zuerst da sind. Jetzt Spreis, ich hebe in einer Minute ab! Sie beeilen sich besser, wenn Sie hier weg wollen! Boah, geschafft, Alter! Wir haben nicht viel Spreis! Nikolai wird nicht auf uns vor! Wir schützen ihn! Ich hab ihn! Oh, ich kann nach hinten schießen, cool! Ja, das weiß ich auch! Oh, hi! Au! Price, du kannst nicht fahren! Ja, ich bin bloß schon fast tot! Oh! So! Nikolai runter mit der Rampe, wir kommen! Fahrzeug auf 12 Uhr! Latt nach! Oh Gott! Ah! Ah! Hilfe! Ja, jetzt nicht! Dritter oder vierter Versuch, endlich geschafft! Und deswegen ruhig! Wir haben eine gute MP! Die haben 1000! Wir wissen nicht mal, ob Makarovs Daten was taugen! Price? Price? Der gesunde Menschenverstand wacht nicht morgens auf und denkt, dass es der letzte Tag sein könnte. Aber das ist wohl Luxus! Kein Fluch! Zu wissen, dass man dem Ende so nahe ist, ist eine Art Freiheit! Zeit zum Bilanzieren! Weniger Waffen und Leute, nicht bei Verstand und ein Selbstmordkommando! Aber der Sand und die Felsen hier, durch Jahrtausende Krieg gezeichnet! Sie werden sich an uns erinnern! Deswegen! Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben! Wir gehen energisch vor wie die Naturgewalten! Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht! Wir machen ihn fertig! Ja, das werden wir machen, Price! Ja, das werden wir machen, Price! Oha, Wüste! Meck, meine Framerate geht runter! Ach, tippe, spielen die guten Einzeiten! Die Höhle muss hier sein, der Kante liegen! Ach, die guten alten Zeiten! Moran-Wurfer, Call of Duty 4, Moran-Wurfer! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Anscheinend kommt Makarovs Daten verlassen! Gut, sie teilen sich auf! Sollen Sie ruhig! Der Dekodierung ist gut, war hoffentlich seinen Preis wert! Kommen, Alba! Du hast es gesichert! Over! Bravo! Sandstorm! Im Moment ist kaum was zu sehen! Over! Lulu! Ah, wir starten mit der Patrouille östlich entlang des Canyon! Nördliche Zufall! Over! Auf die Gruppe rechts, direkt unter uns anzentrieren! Die erledigen wir zuerst! Ich übernehme die beiden Links! Auf mein Zeichen! 3, 2, 1, los! Und neutralisiert! Zähle 5 erledigte Ziele! Wir müssen die andere Gruppe ausschalten, bevor sie zurückkommen! Los! Knell! Vorwärts und dann die anderen! Ben in Position! Schießen Sie! Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis Sie die Leichen finden, beeilen wir uns. Na dann los, hier festparken. Jojo. Und ab nach unten. Oha. Ja, Junge, das wart ihr mal. Jojo, ich folgte Preuss. Ach, das waren Zeiten im Call of Duty 4, oder? Ich hab gesagt, jetzt nicht angreifen, oder? Ja. Patrouille nähert sich, nach links, schnell. Passieren lassen. Rutscher 7, Oxide. Wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm, oder ein kaputter Sender. Ein Team zu überprüfen, senden. Over. Verstanden Oxide. Ich schicke Wind und Lärme. Rutscher 7, Ende. Erledigen Sie die rauchende Wache oder warten Sie, bis er weitergeht. Los jetzt. Ruhig jetzt. Zwei Ziele in diesem Korridor. Nicht schießen und links halten. Steibe 5, aufschneiden. Statusrecht. Over. Ja, ja. Soap. Zwei Ziele mit Lampen kommen die Treppe unter dem roten Licht runter. Direkt voraus. Ich übernehme den Rechten. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Eins. Los. Fertig. Los. Das war immer alles schlecht geschossen von mir. Die Disciple 6, wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Nachsehen. Over. Oben auf der Treppe. Er gehört mir. Verstanden Oxide. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Rande. 0CD. Los. Gut gemacht. Price. Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht los. Bereit machen. Türladung platziert. Bereit zum Eindringen. Eibär. Auf mein Zeichen. Eino. Firstly. Ich bin Nummer. Nein, nein. Bestellанс ist die Aufbruntheit. Ich glaube es tut. Ohne. Es war keine Ausiflung. Ich denke, das war nicht synchroniert. Jojo Boah Alter, der lebt ja immer noch Boah, ich sehe überhaupt nichts Boah 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 Ich bin jetzt tot, Alter Unmöglich, wir haben das Gebiet gerade gesichert Keiner ist so gut Ich weiß, wo bist du denn? Oh, fuck, ich bin falsch gegangen Oh, fuck, ich bin falsch gegangen Hi, Price Alles hier Nehmen Sie einen Einsatzschild Wir brauchen Deckung Oh, shit Das war Fail Okay Augen auf mit Meierkau Sag ich mal nur Nehmen Sie einen Einsatzschild Wir brauchen Deckung Du bist auch gegangen, okay Ja 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 Geh, das wird depressen Geh Boah 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 Ich hab schon wieder runter gefallen Heißt, du bist witzig Vor bluetooth Sean ... sofort ausschalten! Ziel ist recht aus der Beko! Alles sicher, jetzt frei! Router 1-5, zum nächsten kommen und bereit machen! Gold Eagle ist weltkontiert! Gold Eagle muss Shepard sein! Uns geht die Zeit aus, los! Jojo, das geht so. Schluss, Precio! Dienen! Garnate! Blockieren und von der Seite erwischen! Ziel 2 Uhr! Fressgranate! 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 Fressilian Wolfsberg! Vielen Dank.